Die erste Adresse in Sachen Weihnachtsmarkt ist in jedem Jahr das Toyota Autohaus Polmann in Zeithain. Eine Woche vor dem ersten Advent haben Rainer Polmann und die Mannschaft des Zeithainer Autohauses es mittlerweile zur Tradition gemacht, das Areal weihnachtlich zu nutzen. Auch in diesem Jahr waren wieder mehrere tausend Schaulustige gekommen, um sich auf Polmanns Weihnachtsmarkt für die kommende Adventszeit einzustimmen. Ob Verkaufsraum, Werkstatt oder Außenbereich, an allen Plätzen wurde eine Menge kurzweilige Unterhaltung geboten. Der Weihnachtsmarkt im Zeithainer Toyota Autohaus eröffnet die Saison in der Region.